Du liebst es lange zu duschen, aber hast Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung? Dann habe ich die Lösung für dich. Und zwar dieser Duschkopf von Alpenkraft. Der ist in Deutschland entwickelt und hergestellt, was sich definitiv in der Qualität zeigt. Und nicht zu verachten ist auch die eco-freundliche Verpackung. So sah der Wasserdruck vorher aus und so ist er jetzt. Ich konnte es kaum glauben, es ist einfach ein Riesenunterschied. Und das Tolle ist, man kann zwischen drei Modi wechseln für ein richtig entspanntes Duscherlebnis. Ich spare jetzt einfach so viel mehr Wasser und kann endlich wieder sorgenfrei duschen. Probier es aus, es gibt gratis Versand und 30 Tage Rückgaberecht.